Hallo und schönen guten Tag. Lieber Daniel vom Kanal Dirty Cross, das gibt eine VA für dich. Ich habe es mal wieder verschlafen, habe gerade deine Erinnerung da geguckt und du wolltest ja von uns wissen, welche Messer wir uns mehrfach gekauft haben von der Firma unseres Vertrauens oder welche Messer uns inspiriert haben uns von dieser Marke ein zweites, drittes oder viertes zu kaufen und da hat es bei mir angefangen mit diesem hier. Das war das erste M16-14 Karsundesign von CRKT. Das hat noch keine Logsicherung, nichts. Das war das erste, das auf den Markt kam und das hat mich inspiriert, mir ein zweites zu holen und zwar das erste von CRKT, damals mit freitragenden Karbonschalen, das M16-01F. Von dem Messer bin ich immer noch begeistert. Ganz tolles Teil, genauso wie vom 16-14. Das läuft wie Butter, immer noch ohne Kugellager, nur auf Waschern. Ganz tolles Teil und natürlich mein gepimptes vom André. Das ist auch ein tolles Teil. Mittlerweile, ich habe da ein bisschen was dran geändert und der André hat es mir noch gepimpt. Das waren zu meiner Anfänge. Diese beiden hier, das ist dann voriges Jahr nachgekommen. Welche Firma mich noch inspiriert hat, das war Spider Co. Wobei ich mittlerweile nicht mehr so ganz nachvollziehen kann die Preisentwicklung bei denen. Trotzdem sind es klasse Messer. Was ich eben nicht verstehe, ist, dass ein Messer mit einem Plastikgriff mittlerweile 140, 150 Euro kostet. Das entzieht sich irgendwie meiner Vorstellungskraft. Jo, was hat mich noch? Benchmade. Mein erstes Benchmade. Cryptillion. Das hg 500, äh das 550 hg und daraufhin dieses hier. Gefällt mir auch sehr gut. Und jo, das sind so Messer, von denen ich mehrere gekauft habe, von diesen Herstellern. Weil einfach, weil sie mir gefallen und auch sehr taugliche User sind. Jetzt wolltest du noch Griffmaterialien sehen. Da hätten wir mal Knochen. Hier schon. Knochen, Titan, Aluminium, Kohlefaser, Carbon, G10, Kunststoff, irgendwelcher Art und FRN. Jo, das wäre es eigentlich so weit gewesen. A zu deinem Kanal. Mach einfach weiter so. Top. Gefällt mir immer wieder. Deine Fertigkeiten beim, mit diesen, äh, Balison Messern. Einfach super. Mach weiter so. Ich hoffe ich komme noch rechtzeitig mit meiner V.A. Bis zum nächsten Mal, Denne. Tschüss. Tschüss.